In China ist ein Sack Reis umgefallen und die Frage ist, wird das auch die westlichen Aktienmärkte beeindrucken? Wir sehen in China den Leitindex China A50, wo die 50 wichtigsten Werte des großen Reichs drin sind, des reichsten Mitte drin sind, sehen wir ein Minus von 4,6%. Das ist ziemlich deutlich. Letzte Woche hatte die Notenbank ein bisschen Liquidität aus dem System gezogen, aber das rechtfertigt wahrscheinlich nicht einen solchen Preisverfall, sondern es dürfte folgendes sein, es dürfte die Angst vor einer deutlich anziehenden Inflation respektive die deutlich und schnell steigenden Renditen für Staatsanleihen sein, die hier ausschlaggebend sind. Wir sehen die zehnjährige Staatsanleihe knapp 1,39% und es ist nicht der nominale Stand eigentlich, der hier entscheidend ist, sondern die Geschwindigkeit, mit der das Ganze vor sich geht. Wir sehen hier Landwirtschaftsrohstoffe plus 25% innerhalb eines Jahres, Basismaterial in 20%, Benzin 20%, Natural Gas, also Erdgas 26%, das alles sind der Anzeichen einer Preisentwicklung, die besorgniserregend ist. Wir sehen jetzt vor allem Kupfer 16% in einer Woche gestiegen, wir sehen Kobalt 54% innerhalb eines Jahres, das Crude 21%, Weizen jetzt 32% gestiegen seit Dezember, Weed 15%, Pork, also Schweinefleisch 16% in vier Tagen, Lamba, Bauholz aus den USA 53% innerhalb eines Jahres, Nickel 10% etc. etc. Und wenn wir uns mal diese untere Grafik anschauen, da sehen wir die globalen Market PMIs, also die Einkaufsmanagerindizes und wir vergleichen das mit der Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe und normalerweise läuft das relativ parallel und da sind die PMIs vorausgelaufen. Das heißt, es könnte mit der Rendite noch weiter nach oben gehen und das hat faktisch zur Folge, dass wir dann eine Erhöhung der Kapitalmarktzinsen erleben, nicht der Leitzinsen, aber der Kapitalmarktzinsen, das heißt der Zinsen, die faktisch am Markt bezahlt und geboten werden und das bedeutet eine Liquiditätsverknappung auf der einen Seite nicht so gut für Aktienmärkte und bedeutet auf der anderen Seite, there is an alternative, es gibt wieder eine aktive, nämlich Anleihen. Schauen wir uns mal hier diese Anleihen an, wir sehen die, oben weiß sind die Break-Even Inflation Swaps, also praktisch die Inflationserwartung über 2% gestiegen. Wir sehen hier unten die reale Rendite bei der zehnjährigen US-Staatsanleihe jetzt nur noch minus 0,80%, immer noch deutlich im Minus, aber eben deutlich weniger und wir sehen blau hier die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe und wir sehen, dass die Inflationserwartungen auch in der Bevölkerung nach oben schießen, das haben wir bei der Verbraucherstimmung der Uni Michigan gesehen, da erwartet man eine Inflation von 3,3% in den nächsten zwölf Monaten, das ist doch eine ganze Menge und wir sehen noch weiteres Potenzial möglicherweise hier in dieser Copper-Gold-Relation, also Gold-Kupfer ist ja das Industriemetall schlechthin, ist praktisch sehr konjunktursensitiv, man sagt ja auch Dr. Copper, weil es ein sehr guter Frühindikator ist und diese Copper-Gold-Relation, die würde darauf hindeuten, dass da noch einiges für die zehnjährige Rendite zu machen ist an Strecke, also die Renditen weiter steigen müssen und das ist auch eine Folge der erhöhten Transportkosten. Ich war ja am Freitag an der Elbe, habe diesmal einen großen Containertanker gesehen, in den letzten Tagen war das überhaupt nicht der Fall, das liegt wohl daran, dass die Häfen langsamer geworden sind in der Abwicklung wegen Corona, da können nicht so viele Leute zur gleichen Zeit arbeiten und es liegt daran, dass die Container auf der falschen Seite der Erde ist, jetzt hat zum Beispiel Hapag-Lloyd 54 Schiffe losgeschickt, um diese Container an die richtigen Stellen zu bringen, das ist unglaublich, aber das ist eben ein Faktor, die hier eine Rolle spielt, jedenfalls wenn wir uns nochmal dem Rendite-Thema zuwenden, sehen wir, dass die reale Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe bereits positiv ist, ganz leicht positiv und wir sehen vor allem diesen steilen Anstieg, also reale Rendite ist Rendite minus Inflation, das heißt, wer jetzt eine 30-jährige US-Staatsanleihe kauft, der würde nach momentanem Stand der Inflation kein Geld mehr verlieren und das ist im Anleihespektrum schon eine richtige Hausnummer und die Märkte beginnen, ihre Erwartungen so ein bisschen zu verschieben, auch an die Fed, wir sehen hier die Erwartungen vom 31. Dezember, also noch nicht so fürchterlich lange her, da hat man gedacht, okay, vielleicht so die ersten Zinsanhebungen in Richtung 2025 und jetzt steigen diese Erwartungen von ansteigenden Zinsen gemäß den Fed Fund Futures, die das praktisch einpreisen, doch relativ deutlich an und das ist eben alles das, was jetzt einen sehr, naja, euphorischen Aktienmarkt ein bisschen nachdenklich macht, hier sehen wir, by the way, mal die Rendite der 10-jährigen australischen Staatsanleihe und hier sehen wir vor allem in den letzten drei Tagen massive Aufwärtsbewegungen, jetzt 1,57% für eine 10-jährige Staatsanleihe, also noch etwas höher als die amerikanische. Ja, wer würde eigentlich profitieren von einer steigenden Rendite? Normalerweise der Dollar, die XY, das ist das Symbol hier. Dann eher größere gegenüber kleineren Unternehmen, erinnern wir uns, wir haben gerade im Bereich der kleinen Unternehmen Small Caps, Russell 2000, massive Rallys gesehen, Topics, japanischer Aktienindex läuft dann ganz gut, Iron Ore läuft ganz gut, also jetzt habe ich das Wort vergessen, Iron Ore, was ist das? Eisen, blub, blub, gell? Und wir sehen vor allem auch Finanzwerte, Kupfer, etc., etc., das sind die Gewinner, Verlierer sind Real Estate, also Immobilien, Utilities, Versorger, weil das ist praktisch so eine Art Dividendenplay und wenn die Renditen steigen, dann brauche ich kein Dividendenplay mehr haben und vor allem verliert Gold, Iron Ore ist Eisenerz, jetzt fällt es mir wieder ein. Jedenfalls, das ist eine Liste, die man sich vielleicht angesichts steigender Renditen da mal ein bisschen zu Gemüte führen sollte. Jetzt fällt den einen oder anderen auf, okay, das könnte schwierig werden, gerade wenn man im Tech-Sektor unterwegs ist, wie hier die Dame Cathy Wood, die ja diesen ARK Invest managt, praktisch Wachstumswerte und die waren natürlich die großen Gewinner der Corona-Krise, als alles andere nach unten ging, haben Amazon und Co. profitiert, aber jetzt, wenn die Erwartung ist, dass die Wirtschaft es stark anzieht und möglicherweise sogar überhitzt, warum soll ich dann Tech kaufen? Das ist der Grund, warum bei steigenden Renditen normalerweise dann Tech nicht so gut läuft, weil eben steigende Renditen eine Wachstumserwartung in der Regel voraussetzen. Wir sehen gleichzeitig, dass die Insider nach wie vor massiv verkaufen, also die Ahnungslosen offenkundig und jetzt warnen auch Leute wie Michael Berry, der sagt, ich habe letztes Mal auch gewarnt, nämlich damals vor der US-Immobilienblase, Michael Berry ja bekannt aus The Big Short und damals wollte keiner hören, jetzt warne ich nochmal und er bezieht sich vor allem auf die extrem optimistische Positionierung am Aktienmarkt. Hier sehen wir nicht nur den Margin Debt, also die Hebelung, praktisch wie stark die Leute gehebelt hier im Markt sind, sondern vor allem auch diese Call-Options, die Optionen, die hier eine riesige Rolle spielten. Wir machen da neue Allzeithochs, was die Volumina betrifft und wir sehen hier nochmal praktisch dieses Allzeithoch. Es war noch nie so stark gehebelt wie derzeit am Markt, das heißt, da sind alle All-In. Wir erreichen jetzt auch nominal ein neues Allzeithoch, 20,6 Milliarden im Januar sind dazugekommen auf knapp 800 Milliarden. Das ist ein neuer Rekord und 319 Milliarden höher als im tiefe März 2020. Wir sehen gleichzeitig den Breath auf einem neuen Allzeithoch, also die Marktbreite. Es gab noch nie so viele Aktien, die ein neues Allzeithoch gemacht haben, nämlich fast 2000 im S&P, respektive Breath und S&P 500. Also wir sehen eine massive Erhöhung der Zahl von Aktien, die ein neues Allzeithoch erreicht. Und heute eben, respektive am Freitag, war der große, war nicht der große, war der kleine Verfall, der Verfall von Optionen. Also aber diese Optionen werden immer wichtiger und wir haben hier sehr, sehr viel Volumen, was möglicherweise jetzt abgebaut wird, vor allem bei den Market Makern, die sich ja prozyklisch teilweise positionieren müssen. Kauft jemand zum Beispiel eine Call-Option auf die Einzelaktie, dann muss der Market Maker teilweise eben dann die Aktie physisch kaufen, um sich abzusichern und dementsprechend besteht heute schon ein gewisses Unruhepotenzial, weil die Market Maker möglicherweise diese Positionen dann heute veräußern werden. Michael Berry hat übrigens gewarnt, auch hier vor einer Hyperinflation aufgrund dieser massiven Geldmenge. Hier sehen wir mal Kennzeichen aus der Weimarer Hyperinflation, die ja inzwischen praktisch als das Paradigma für eine Hyperinflation schlechthin gilt. Und wir sehen, das war 1918, war die Inflation noch einigermaßen im Griff, nur 21 Prozent Geld, das ist ja praktisch gar nichts, aber dann mit Beschleunigung der Geldmenge, nicht mit der Geldmenge, sondern der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, da begannen dann die Dinge aus dem Ruder zu laufen und genau das ist eben der Punkt, wir haben so lange keine wirkliche Inflation, solange die Geldmenge sich nicht deutlich beschleunigt, das ist zuletzt eben noch nicht so wirklich passiert, aber wenn das passiert, dann ist eben die Frage, kann die FED das irgendwie noch einfangen, können die Notenbanken das noch einfangen, was kann man tun, um das zu verhindern? Vielleicht ist eine Inflation leichter zu bekämpfen als eine Deflation, aber eine Inflation ist eben auch ein Vertrauensthema und vielleicht ist dieses Vertrauen ein bisschen angekratzt. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt die Renditen deutlich nach oben gehen, das ist ein entscheidender Punkt. Das sorgt für Nervosität bei gleichzeitig extremer Longpositionierung am Aktienmarkt, der ja sozusagen die beste aller Welten eingepreist hat, aber es ist eben gerade für Wachstumswerte schwierig, wenn die Renditen deutlich nach oben gehen, das ist für die Aktienmärkte schwierig, there is no alternative doch, es gibt dann eben zunehmend auch eine Alternative und das ist jetzt die spannende Beobachtung. Je schneller der Anstieg bei den Renditen passiert, umso gefährlicher für die Märkte. Wenn das so langsam passiert, dann ist das eher nicht so ein Problem, dann gewöhnt man sich dran, aber es ist eben die Geschwindigkeit, die hier von entscheidender Bedeutung ist. Mal sehen, ob China hier einen Riecher hatte. Ich bin gespannt auf, wie die Amerikaner vor allem im Tech-Bereich agieren mit dem Abbau der Call-Optionsbestände respektive der Hedge-Positionen der Market Maker. Das könnte ein sehr, sehr volatiler Tag werden. Heute um 10 Uhr, apropos Weimarer Republik, wollte ich noch zeigen, kommt der IFO-Index. Das wird auch ein Hingucker. Also Ihnen jetzt erstmal einen guten Start in die Woche. Ich sage sehr, haus und ciao.